Musik Die ist ängstlich, die ganz kleine. Bist du ängstlicher? Ja. Ja. Das esse. Los? Was ist los? Komm, ess doch mal. Ja, ja. 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 Hallo Leute. Hallo. Wie ihr seht sind wir in der Tierabteilung. Ja. Ja. Hallo. Wir schauen mal und dann verbinden wir uns nochmal mit euch. So, das ist unsere Wahl. Das ist für die Kätzchen, das ist ein kleiner Partynet. Ja, das sind so 60 Stück drin. Das reicht schon. Also wir haben jetzt nicht vor den ganzen Tag, sondern einfach wirklich, dass wir anhalten. Die Glücklichen, die wir treffen. Ja. Und hier sind auch sehr sehr viele Leckerlis. So, wie man sehen kann. Das sind jetzt so um die 6 Euro. Steht da glaube ich. Nicht wie viele da sind. Ne. Ne, eine Grammzahl, aber das sind jede Menge. Also die Kätzchen ist komplett voll. Das sind 6 Euro. Machen wir eine Freude, oder? Kätzchen und Lorena. Okay. Bezahlen. Eine Karte? Nein, bitte. Eine Karte. Eine Karte. Und dann fahren wir los. Und gucken, wer der erste glückliche Hund wird. Bis gleich. So, hallo Leute. Wir machen uns jetzt auf den Weg. So, ich bewaffne mich schon mal. Achso, das erste, was wir eigentlich machen müssen, ist Handschuhe kaufen gehen. So, wir haben sie gefunden. Let's go. Ich hoffe, es regnet nicht. Also schon mal so ein paar. Noch viele, die sind hier. Es gibt schon viele glückliche Hund. Ich brauche dich schon mal hier rein. Ich gucke, wer der erste ist. Ich bin auch gespannt. Es geht los. Jetzt finden wir bestimmt kein Handschuhe. Ja, ja, das ist normal. So, Leute. Immer noch keine Hundensicht. Ja. Normalerweise sind sie super. Ja, das ist super. Ja. 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 Also. Dann aber noch ein bisschen. Ja. 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 Das ist auch noch ein bisschen perfekt. Okay okay Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Leute Ja Will ich jetzt Nein, das war mir sehr nett zu mir. Hier, hier, komm, wir freuen uns. Gedankt es? Weiß ich nicht. Wir freuen uns zu spielen. Hier, komm. Ja. Das ist weg. Ja, wir haben Essen für dich. Das ist weg. Ja, wir haben hier geblieben. Hier, wir sind geblieben. Hier. Oh, der ist verletzt. Ja. Oh, nein. Willst du nicht? Nein. Hier. Dann schlägst du die hin, hast du zwei. Okay? Eins auf der Seite, eins auf der anderen. Oh, Schatz, wie komm mal herunter? Schnell, Bibi. Oh, mein Gott. Soh. Soh- 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 Fein. Der ist süß. Okay? Ja. Oh, war noch enttäuscht. Ich glaube, der gehört zu ihm. Wir fahren jetzt Richtung zu uns, weil es soll regnen. Mal gucken, ob wir noch ein paar Hunde auffinden auf dem Weg. Falls nicht, haben wir sowieso noch 1000 Leckerlis. Ich verteile ihnen dann die Tage. Ja. Nein. Oh, was das? Ich habe einen Nimm. 2. 4. 4. 5. 14. 15. 16. 16. 17. Neuer Tag. Neues Glück. Ja, kannst du essen? Ja, da riechst du die anderen. Hier. 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 Wir haben einen Markt entdeckt. Ja, da ist ein riesen Schild sogar. Heißt Chilwa Market. Ich glaube, wir finden was zu essen hier. So was habe ich nur vermisst, weil das gibt es hier nicht. Die machen aber jetzt erst auf, Schatz. Schrauben? Dieser ist ein Kuchen. Das ist ein Kuchen. Willkommen in Thailand. Danke, danke. Das war mir vor. Das ist für dich. Willkommen zu Thailand. Sie lieben es mehr. Danke. Danke. Take away. Ja, take away. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist okay. Danke. Moshi. Den ersten Biss darfst du machen, weil du sich so gut herausgebraut hast. Okay. Was ist das? Boah. Was ist das? Boah. Also konsistent und... Nee, schon lecker. Ja. Ist aber sehr süß, gell? Ja. Ist aber sehr süß, gell? Und? Voll komische Konsistenz. War irgendwie geil. Also der erste Moment war richtig komisch. Boah. Ist mir schon gut. Boah. 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 Also du darfst jetzt entscheiden auf Smoothie. Dann eine Frische gucken. Smoothie. Krank. Granat? Dann nehmen wir Granatapfel. Dann warten wir Achtung. Dann warten wir auf unsere Smoothie. Eigentlich wollte ich so einen Durian Smoothie. Niemals. Aber Ivano sagt, es schmeckt nicht. Kannst du aber trinken allein dann. Spaß. So. Ivano wollte eigentlich so einen Drachenfrog Smoothie, aber... Also ich kann nicht viel davon. Ich weiß nicht. Ich habe ihm aber gesagt, der kann sich dann eins holen. Also ich kann nicht so... Das ist jetzt hoffentlich aber... Nachdem ich dann drei Liter Smoothie in mir habe, kriege ich noch einen Smoothie. Das ist so blöd. Und? Ist gut. Schmeckt nach Granatapfel. Hier. Das ist so süß. Wow. Perfekte. Komm! Come on. Baby. Komm her! Schmeckt! Du bist krein. Das war's für heute. So, kurze Pause. Oder? Ja. Das ist die Aussicht. Wir haben einen Hund gesichtet. Dieser Hund kommt jetzt leckerlich. Die sind schlau, ne? Deswegen habe ich denen mal jetzt ein paar mehr gegeben. Wie viele sind da noch? Da sind doch mal so um die 20, 30. Das sind nicht dieselben? Nee. Mit dem Hundi auch noch, oder? Hier bleiben. Bleib hier. Guck mal. Das schmeckt hier. Warte erst mal. Komm mal her. Süß. Okay. Okay. Meine Damen und Herren, ich habe hier noch jede Menge Leckerlis. Das werden die letzten Hände sein, die das bekommen. Wir haben gehofft, dass die hier sind. Meinst du, die gehören jemanden von hier? Oh. Guck mal, Schicksalge. Was? Komm her. Ja, komm. Stehst du Deutsch? Guck mal. Das ist so süß. Aber der sieht nicht dreckig aus. Guck mal, ich lege euch alles hier hin. Okay? Guck mal. Ich weiß. Bisschen zu vieler. Aber die könnt ihr alle haben, okay? Der bedankt sich. Okay? Ah, Mann. Oh, Mann. Untertitelung. BR 2018